Hey Leute, was geht ab? Ihr ist wieder Fraggles Xtreme, ich bin euer Schmidi und Servus Schneidi, ich hab dich schon gesehen, haha. So, machen wir nicht lang rum. Ich hätte nicht so lange Zeit, müssen wir wieder früh ins Bett, weil ich habe Frühschicht nämlich. So, gehen wir direkt rein, rein zu Skyrim. Anniversary Edition, Eintritt in die Diebesgilde. So, was wollen? So, eigentlich möchte ich jetzt gerne noch zwei, drei Aufträge machen für die Diebesgilde, weil ich mir in, ach wie heißt das Kaff, genau hier, Fluss Weißenfels, ne Weißlauf, genau. Uh, schwamm ich halt voll. Weil ich mir in Weißlauf gern davon endlich mal das Haus kaufen würde. Aber, wie man hier schon sieht, ich glaube, ich muss erstmal ne Runde schlafen. Weil ich bin nämlich im Survival Mode, was so viel heißt wie, ich muss schlafen, ich muss essen, ich muss trinken. Oh, nein. Oh nein, 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 nein. Ja, jetzt habe ich den Geldbeutel geklaut. Entschuldigung. voll den geldbeutel geklaut ich bin der tane jetzt klauen wir mal nicht den geldbeutel was kann ich euch bringen natürlich für heute gehört das zimmer euch ich zeige euch euer zimmer hier entlang lasst es mich wissen falls ihr sonst noch etwas benötigt ach da oben ist es genau so immer wohl zehn stunden oder ist wohl wieder vollzeit alles fit bist leicht hungrig na dann essen wir doch mal was warte noch fassaden haja fassaden ist ein schöner vorken hat was braucht so ich habe nichts getan ich wollte glaube ich wenn ich mich nur recht im sinn hoch ob ich habe hier was zum entzaubern oder reichheit ja genau es ist wirklich eine schande nicht wahr wie geld habe ich eigentlich 5600 ich glaube 7 5 kostet das häuslohn da ne kann ich mal schauen ich bin der jahr ist wie ihr euch sicherlich beschäftigt ich muss euch vielleicht helfen nur noch zwei drei aufträglich machen besucht ihr die drachenfeste um über die andauernden feindseligkeiten zu diskutieren wie die anderen großen krieger zaubern die gut in letzter zeit hat es den anschein als würde dieser ver... hm ich hatte euch für einen magier gehalten ich denke das wird euch gefallen oh geil ich kann ein paar sachen ah scheiße müsste ich eigentlich eigentlich könnte ich jetzt mal dolche hersteller reden machen wir nicht fahr auf das haus so würde ich sagen ach halt was habe ich hier noch an äh ja prima ich würde nämlich sagen jetzt gehen wir hier noch geschwind zur alchemie dame und verballern hier gleich noch ein bisschen ähm ähm material alles in ordnung alles in ordnung wie soll da oder was führt euch auf den macht ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin sicher ihr findet wonach ihr sucht und wenn alles steht zum verkaufen alles etwas hiervon was davon was davon die will ich mal aufheben michi ich rauch hin und wieder mal eine zigarre servus 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 und das ist ja nichts neues was was ist was ist was ist man Ja, gute Zigarre, die muss alles... Bla, bla. So. So nochmal, was man herstellen kann. Hier kämpft es geil, oder? Ähnlich geil. Äh, stimmt. Jetzt nochmal gleich. Ja. 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 Oh, Gesundheit regenerieren. Schlecht. Ja. 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 Das Problem ist noch, dass ich es meistens immer vergesse, irgendwelche Tränke anzuwenden. Gut. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Ja. Aber bist du halt meine interessiert? Stärke? Lass mal. Sorry. Aufgeraufen. So, 5700. Mir kommen wir doch immer näher. Hallihallo. So, auf nach Rift unten. Ich will die zwei Quests abgeben. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der... Wohin soll's gehen? Rift unten. Rift unten. Rift unten. Dann sind wir weg. In Rift unten könnt ihr auf diese Echsen treffen. Viele von ihnen arbeiten am Hafen. Warum, weiß ich nicht. Oh, war's nicht schon wieder. Oh, ich hab Hunger. Hunger und Hunger. Kartoffelsuppe. So, das ist nämlich immer so ein Ding, wenn ich von da komme, ist der Eingang zur Diebesgitte glaube ich dahinter. Genau. Ah, hier ist es. So. Hm. 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 So, weil hier sind mittlerweile meine Drachenknochen und alles drin, möchte nämlich hier mein Saedra-Herz reinlegen, bevor ich es nämlich aus Versehen noch in meiner Dummheit einfach verschmiede, rein in die Alchemie, in irgendeinen Trank reinhauen. Äh, da seid ihr ja wieder. Hier ist euer Anteil. Gut gemacht. Ich bin für die Diebsch... wenn ihr Einbrüche bevorzugt. Die meisten Unternehmen in Himmelsrand dokumentieren ihre Aktivitäten in einem Geschäftsbuch. Euer Auftrag wäre... Lust, den Griffel zu schwingen. Aber natürlich... Werde mich jemand mit Mum? Ihr, bitte. Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Dann kann ich okay. Nun, seid ihr fertig oder nicht? Oh, ihr seid wieder da. Dann wollt ihr jetzt wohl bezahlt werden. Es ist schon eine Weile her, seit ich einen davon... Nicht in diesen zu... Den Stein hat ein Dieb aus der Zeremonie... Ich glaube... Im Laufe der Jahre haben einige... Hört zu. Ich sage euch etwas. Kommt wieder, wenn ihr auch die Rest... Ich kümmere... Wenn euch solcher Arbeit nicht zusagt, wendet euch an Delvin. Was nennt man einen Einbruch? Ganz einfach. Ihr brecht in ein Haus ein? Schnapp... Der Haken an der... Seid ihr bereit für einen guten alten Einbruch? Natürlich. Denkt nur an die richtige Reihenfolge. Erst der Auftrag, dann betrinken. Jetzt nehmt dies und geht. Habt ihr etwas gestohlen, was der Rede wert ist? Netzabkeit hat prima. Willkommen in unserer netten... Werft einen Blick drauf. Den üblichen Gildenkurs. Lasst mich mal sehen. Goldene Halskette. Schon wieder geklaut. Ja. Mhm. Delvin. Die letzte Lieferung, die wir an der Grenze ziehen. Dahin, da muss ich... Oh, was hab ich jetzt eigentlich bekommen? 6000 Ah. Läuft. Gut. Vorsichtig. Da gibt es keinen Zweifel. Die Diebesgilde ist zurück. Vertrifft und fest in ihrer Hand. Jetzt machen wir noch die zwei Aufträge. Dann schauen wir mal, ob wir das Haus kaufen können oder nicht. Lasst mich raten. Und dann... Und dann macht man noch die Quest vom Merzat weiter. Wohin soll's gehen? Ich sag mal, es hat Einsamkeit, gell? Ja. 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 Aber der K office will die Kackp Traf. Was kleines wird noch gehen. Schmetterlinge, die fangen wir mit. Ich muss mal dringend schlafen, weil wie man sieht ist schon alles verschwommen. Weil ich schon so ermattet bin. Aber ich würde jetzt sagen, die zwei Dinger nehmen wir noch schön mit. Dann legen wir uns hier eine Rift da hin. Der nimmt immer ein, dass ich immer was bezahle fürs Schlafen. Ich bin nicht interessiert, Jari. Da abgehauen. Dann gucken wir doch mal da rein. 100 Autos. Das hat man nicht nach. Hier, was liegt denn hier? Ja, das ist eine Rabefeder, Klaue, Prima. Die Chemieskill freut sich. Das kann man geschenken, den wir gerne mit. Oh, ein Rubin geschenkt. Das ist sehr schön. Das ist ein Rubin geschenkt. Das ist ein Rubin geschenkt. Das war's. ist der leere das nimmt auch mit eine heilung sehr schön vielen dank hier wird geklaut da wird noch geklaut braucht ihr eine zutat für einen zaubertrag dann seid ihr am richtigen ort wie unverständlich benichtet also was braucht ihr vielleicht eine prise hiervon und ein wenig davon auch ich vor allen dingen rüssel weg schön ja ach danke ach danke das was ich brauche da bediene ich mich was denn stelle ich mir jetzt so anbieter so weiter geht's irgendwo muss ich nämlich noch was klauen ok ja können passen da hoch da aber geht ganz sehr gut das läuft doch hier alles können schön da gibt es nichts genug salz hätte würde ich hier alles klauen und verkochen aber nur salz immer wieder zurück schlafen die runde und dann geht es ab quest weitermachen spannend ob ich falsch schlafe oder richtig wirklich falsch es ist so aufregend wenn neue leute in die stadt kommt verdammte frühschicht so aufregend Die Kiefern-Mondhöhle Die Kiefern-Mondhöhle befindet sich im Südwesten, aber sie taugt nicht für Erkundungen. Sag mal! So, auf geht's wieder nach Rifthorn. Soll ich euch mitnehmen? Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein. Sind wir weg. Seid ihr jetzt bereit zu gehen? Soll ich das? Soll ich sie jetzt? Was ist denn hier los? Wunderlicher Kurier. Doch, wie schießen die denn? Witzig. Was ist los? 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 Ich gebe mir noch die zwei Quests ab. Nehmt euch einen Stuhl und ein Ge... und... Und es wartet noch viel mehr auf euch. 150 Gold mehr gibt es gar nicht. Nein, Ming. Habe gerade... Also gut. Einfach auf... Endlich jemand mit Mumm. Ihr, bitte. Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Habt ihr etwas gestohlen, was der... Ihr habt den Auftrag erledigt. Und das ohne Blutvergießen. Ja, gut. Wir können das Geld gut gebrauchen. Ich habe da ein Haus mit etlichen Werten. Hier. Lasst mich vor der Gilde nur nicht wie ein Esel aussehen, indem ihr das Ganze vermasselt. Ich hatte 100 Septime mehr, als ich erwartet hatte. Feckel, schäbt ihr euch nicht? Ihr bekommt den Rest wie versprochen. Willkommen in unserer netten kleinen Familie. Ach, etwas hiervon, etwas davon. Ach, etwas hiervon, etwas davon. Bist du gemütlich? Ach, etwas hiervon. Gut. Ich würde es so machen. Ich hole mal mit ganz kurz einen Kaffee, sonst schlafe ich nämlich gleich ein. Irgendwie bin ich gerade hundemüde. Ich würde es so machen. 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 Es würde es so machen. will, oder? so, jetzt kann ich mich da unten natürlich wieder durchschlägeln und so, aber ich schnauze jetzt da unten jeden weg. ich brauche jetzt mal ein bisschen Action. reisenpfeil 8, 8 feuerpfeil 10, 12, meine orkische pfeile, ja. ich habe meist mit schäbigen dieben und betrunkenen schlägern zu tun. das ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze diebesbande ins feld gezogen sind. hab ich eigentlich Adlerauge schon gelernt. gut. schiebenskunst. Adlerauge, ja. coolie, coolie. ja. vorsichtig. schiebenskunst. schiebenskunst. Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, jetzt sind wir gleich da. Was kann ich für meinen Nordverwandten tun? Blöde Frühschicht, ehrlich. So, jetzt geht es erstmal ab. Speichern. Gleich mal in den Bogen ziehen. Weil ich habe jetzt hier gar keine Lust, da rumzuschleichen. Ich nutze da jetzt jeden weg, was mir entgegenkommt. Und da sind einige. Ja, zum Beispiel der Hände ist schon ein bisschen. Okay. 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 Entschuldigung. So, weg, Junge. Du, 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 du. Noch ein paar rum. Schöööööön, da alles geschossen. das ist ein lacher eigentlich ein panzerhemd das wäre schon ganz geil ein tigerpelz was ist denn einer fast hier wie geil ist das denn hoffentlich habe ich genug Platz. Jawohl, wie geil ist das denn? Experte-Schloss, das nehmen wir natürlich auch mit. Um die Skills zu verbessern, wird zwar nichts drin sein, aber egal. Oh, geil. Und Level Up. Was hier Käse rumliegt, ist ja unglaublich. Ich glaube, ich war in all den Jahren nie hier oben. Oh, was sehe ich denn da? Schicker. Ja, das bringt ja alles. Ja, das ist alles wunderschön, aber bringen wir alles nichts. 70 Gold. Nicht schlecht. Oh. Das. Der will von mir nichts, okay. Wenn der von mir nichts will, will ich auch von ihm nichts. So, weiter geht's. Oh, geil. Das Salz. Dü, 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 dü. Ja. Ja. Du, schneu. Bis zum. Tschüss. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. das nehmen wir alles mit heilung 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 und stärke hier eine Wiese fragt schön ob es hier noch Geschenke gibt gehen wir runter in die Höhle ah hier das war er wie schön diss ich mir ins Kreuz lache zwei drei domp er hat sich ... Many ... ouch oh已经verblood where is mein Schild oh schnell zauber danknehmer gottse nach habe ich so viel auch ein zauber danknehmer nicht los ist aber auch keine mehr gnade yes gnade junge Soll es mal was. Soll es mal was. Nein. Oh nein. Voll geladen. Aber ich kann die nicht da lassen. Das geht nicht. Super. Wuchspelz und alles mögliche da. Hammer weg. Werrepels weg. Gut. Gut. Da geht's. Schon wieder. Cool. Scheiß drauf. Ja. Da hab ich da ein und badet. Oh. Ja. 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 So. Ja. Ja. Ich weine Kiste. Ich weine Kiste. Okay. Oh. Wen haben wir hier? Was soll das? Euer Kopf gehört mir. Genug. Genug. Ich ergebe mich. Oh. Du Äuble. Was? Ach, da werde ich dahinter rauskommen, ok. Was war das? Shit. Oh, und und alles wieder her. Oh, du Kasper, du bist geputzt. Oh, du bist geputzt. Und dann wird sich schönes Essen geklaut. Dann nehmen wir kurz da rein. Ok, uninteressant. Weiter gehen. Okay. 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 Oh, kommen gleich zwei mit. Oh, hau ich die eine auf die Schnauze. Oh. Oh, 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 oh. Nein. Nein, wer ins Wasser geküpft. Oh, man. Nein, wo komme ich denn da wieder raus, Mann? Ja. Ja. So. Weich ziehe, du Kasper. Boah. Boah. Ah, die hat da einen Stahlstreitkolben gehabt, das Ding hat mir so viel abgezogen. Stahlschild. Oh, was habe ich denn jetzt aufgenommen? Oh, da, 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 da. Das ist ein Schild. Ist zwar geil, aber. Das ist ein Schild. F. Ich glaube, wenn ich nachher schlafen gehe, habe ich erst mit zwei Level gemacht. Helfenrüstung der Gesundheit, das ist ja mal richtig aufwärt. Klar und mit. Ich glaube, es ist ja mal richtig aufwärt. Ich glaube, es ist ja mal richtig aufwärt. Hey, hey, hey. Hey, hey. Ich glaube, es ist ja mal richtig aufwärt. So. Aber, aber, kein Grund. Ich glaube, es ist ja mal richtig aufwärt. So, abgesehen. So, abgesehen. Ich glaube, es ist ja mal richtig aufwärt. Das ist mein Schild. Schild? Ach ja. Ich glaube, es ist ja mal richtig aufwärt. Ich glaube, es ist ja mal richtig aufwärt. Oh, das ist ja scheiße. Oh, einfach zu wenig Platz hat für alles. Schmeiß ich nicht schon wieder raus. Warte. Mal ein Essen vielleicht. Mal einen Mehl-Sack. Mal einen Mehl-Sack. Vorsichtig. Ah, das ist ja schön. Oh, shit. Alles in. Oh, shit. Oh, shit. Käseecke. Hier. Komm mal, sende die Dinger rein. So, ja, jetzt haben wir wieder Platz. Gut, was machen wir jetzt? Gut, was machen wir jetzt? Oh, ja. Also was? Gut, was machen wir jetzt? Gut, was machen wir jetzt? So, wo bin ich denn? Ach gut, im Himmel. So, wie komme ich in die junge Stelle zurück? Dann gebe ich jetzt noch die Quest ab und dann warst du schon wieder verstümmig. Okay. 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 Oh. Darf Schneebeere? Hat der Heiltrank gemacht, oder? Schneebeere, noch irgendwas? Oh, ja. Oh, ja, ja. Oh, 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 Love Forest. Ich kann ja gerade gar nichts gebrauchen. Scheiße, muss ich nicht überhaupt hin? Ja, oder? Komm, Arsch der Welt. Ich habe eine beschissen Höhle entdeckt. Super, danke schön. Oh, bleib weg. Oh, nein, bleib weg. Ach, kein Mensch daneben. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Irgendwie eine Abkürzung, dass sie da hochkommen. Ah, okay, da geht's. Also zum Hafen. Okay. 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 What the hell? Ich habe Mjöl noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht hier wirklich an die Mühle. Ihr braucht etwas? Nein, naja, stimmt, ah, halt, das wird es nicht. So, ganz cool wäre eigentlich 30 Blocken. So, 160, 160, gehen wir auf Ausdauer. Ne, Gesundheit, Ausdauer. Ah, geil, zwei Stück. Leichte Rüstung, das ist schon mal perfekt. Wo ist mein Schild? Blocken, 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 blocken. Ah, 26, Sakrament. Schade, Schokolade. Dann gehen wir doch mal eine Leichterrüstung. возможно, wenn wir da, das ist schon mal, eine Leichterrüstung, eine Leichterrüstung. Das ist schon mal. Aber es le ski wird, wenn wir mal aufs Felder Glaff, wachsen, die Über Prestige Lauf noch nix schleichen, was haben wir denn da eigentlich halbzüge nur das, was ich ja nicht will Redekunst, was können wir da machen, feilschen Was war denn das, wo man mehr tragen konnte? Das Taschendiebstahl mehr Platz, ah hier Da bin ich so schlecht, da geht noch gar nix Immer das nix fertig Oh nein Wie doof war das denn schon wieder? Jetzt habe ich R gedrückt Alles mitnehmen Danke Danke Nein Das 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 Für einsamkeit bereitet euch vor und hat mich so bald wie möglich bei den ruinen wir dürfen nicht zulassen dass sie uns entwischt Also was kann ich heute für euch tun ich kann euch erlauben ein stück natürlich das neue teil verbessert eure fähigkeit mehr als das oft seid ihr sicher nachdem in ordnung hier bitte Wirklich danke morgen bekommt ihr das Geld Geil sie war acht Geil sie war acht Geil sie wararea Geil sie warwirk Sie waren die Dann würde ich sagen, ich wollte ein ganzes Bett hier. Dann würde ich sagen, ich wollte ein ganzes Bett hier. So, dann gucken wir mal nach einem guten Spieler, wo wir raiden können. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt einmal offline, weil ich muss mich schon langsam fertig machen, weil mein Bett ruft schon bald. Leider. Ich muss sagen, nochmal Dankeschön. Bis morgen. Wir haben genau das gleiche Schicksal. Nein, kann man nicht. Außer die haben das jetzt hinzugefügt. Aber ich meine, bis in, schon, keine Ahnung, zehnjährige Kinder. Bis so. Danke für den Raid. Äh, Muniwisse kann mal einen Shoutout machen. Wie war ein Skyrim noch bei dir? Lass mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Irgendwo kochen. Ihr braucht noch was. Nur in der Teil des Verwärts. Schrift mit dir. Nein, nein. Nee, Lydia, nicht blocken. Ja, ich bin Hans. Die hier war auch nicht so. Ja. Ja. Hier, meineue. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank.